Willkommen zurück zu Keinstrom Ich brauche jetzt echt nicht Ich brauche jetzt echt nicht So Was brauche ich jetzt hier hin? Ranger oder ACU? Was weiß ich Ich brauche sowieso beides Von daher passt das gerade hier hin Zack Muss ja nicht sein, dass es die ganze Zeit so schlimm bleibt Aber nur halt mal, dass wir das haben Das auf jeden Fall mal Zack Und zack So nur provisorisch Wir wissen es ja Okay Wir brauchen sogar Strom Das ist ja wieder ganz toll Das ist ja wieder ein Prickheld Verfluchte Scheiße Okay Dann ballern wir hier hinten einfach Irgendwo Hier das Riesending hin Auf jeden Fall Damit wir hier schon mal sein können Ja okay Strom haben wir im Moment genug Das ist in Ordnung So die verbinden wir gleich mit dem Scheißdreck Okay Dann Wege Da ist ein Billigen rein Ich muss jetzt so schnell tun Wegen Kohle und so, weil ich Angst hab, dass die Kacke wieder Hier schief geht und was weiß ich Aber ich muss sowieso warten, weil die ganze Kacke erst gebaut werden muss Und was weiß ich Okay Dann Baue ich hier irgendwo Das Ranger Team hin Hier irgendwo So So Dann Weg Sehr gut So Und genau das habe ich jetzt gemeint Jetzt kann ich dir kurz zeigen Ja, okay, naja gut Direkt natürlich können wir nichts im Wasser bauen, weil logisch Wegen Wegen Grenzen und so bla bla Aber ich meine Dass wir hier dann irgendwo Oder was weiß ich halt irgendwo Wasser D Da irgendwo, keine Ahnung Dann das Gehege machen für diese Barrow irgendwas Dinger Und dort viel Wasser haben und bla bla So habe ich jetzt circa gemeint Aber gut Das kann so Das dauert auch alles sowieso Verdammt lange So ihr Dudes Wie siehts aus? Haben wir bald mal Strom jetzt hier? Hä? Diese Gelegenheit ist gut Und könnte der Unterhaltungsabteilung helfen Also denken Sie bitte darüber nach Ja, ist ja gut Ich hab grad andere Sorgen noch als die Scheiße jetzt Ich habe mich selbst immer als kleiner Abenteurer gesehen Und als großer Fan von Luxushotels Hä? Viel Spaß im Dreck Ja, Luxushotels werde ich auch noch bauen Dann chill mal deine Basis, Alter So Wie nicht fucking Strom hier und so Zack Du gehst weg Dann Wir brauchen nur ein kleiner Umspannweg Großes Umspannweg Ist für nichts im Moment Da brauchen wir eine unnötige Kohle für den Scheiß So, dann haben wir das Thema mal Okay Das Thema kriegst du Das produziert sowieso Strom So, sechs Stromdinge haben wir frei Das ist in Ordnung Das Ding brauchen wir hier nicht Weil das sieht scheiße aus Dann verbinden wir Äh, die Kacke noch So Okay Okay Was ist denn Wir hatten hier die Scheiße so komisch gebaut What the fuck, Alter So Wir brauchen hier nicht so viel Wir brauchen höchstens zwei What the fuck So So Das hier Das hier Das hier Und das hier Fertig So Das hat Strom Alles klar So ich glaube sechs Stromdinge haben wir zur Verfügung, oder? Gesamter Strom Gesamter Strom Wird auf 84 Quatsch 56 Hä Das Das Haben wir noch sechs Und wo haben wir noch was? Okay Okay Angeblich haben wir so viel Strom Ich weiß nicht genau wo, aber okay Hier Ah Aber warte mal, warte Das können wir gleich ersetzen Das ersetzen wir gleich zu einem großen Kannste da passieren sein, Kollege Oder beides Oder beides Oder beides Quatsch Ich weiß, was wir tun Ich weiß, was wir tun Das ist komplett bescheuert gerade, finde ich, aber I Don't give a fuck Ja, kein Strom I don't give a fuck Wir werden einfach zwei mittlere Dringer hinbauen, weil wir es können einfach jetzt Jetzt, da vergar ich jetzt Zack Shit So Äh Zack Jawohl Dann wollen wir hier auch noch eines rein, dann haben wir mal genug Strom im Moment Das ist dann mal kein Thema So Dann müssen wir jetzt die Gäste im Moment mal immer hier rum kurven Weil das Stromding aber da kann ich jetzt auch nichts für Äh Äh Weiß ich nicht Zack Und zack Und zack Sehr gut So Verbindungen natürlich Ist er ganz klar Zack Billiger Scheiß Ding Ups Wait So Und Das sieht scheiße aus Na komm Danke Danke So Dann bauen die Die zwei dinge Alles klar Dann haben wir nochmal Strom genug Sehr gut So wie sieht es aus Äh Was ist hier Ja Habt ihr jetzt genug zu füttern oder wie sieht es aus Ja habt ihr anscheinend Okay Super Gut Sieht es aus 42.000 sind wir schon mal im Plus Das ist ja schon mal ein Trickkerl Das ist ja mal ein Traumchen Isla Panda wird mit 3 Stunden in die Fall geschaltet Das kriegen wir hin Das kriegen wir hin Ich glaube jetzt so langsam läuft es hier in dem Ding Müssen wir jetzt immer nicht mehr zurück kurven die ganze Zeit Und wenn doch dann haben wir halt dann Backup Ding So Die Hütte läuft Das läuft auch Bald mal Dann haben wir mal genug Strom Das ist schön Das ist ein Traum So Expedition ein großer Pflanzenfresser Beschaffen Sie kleine Pflanzenfresser und große Das sollte kein Problem sein Dürfte Müsste Hoffentlich So Alles fertig Alles fertig Alles fertig Jawoll Easy Wait Strom Gesamtverfügbar 156 Hat das ja mal Traum Das braucht eh kein Wie kann das Strom haben Das Du kannst mega sehen dass das Strom hat Aber Ist nice Aber Weil das hier ein Solar Ding hat oder wird Hä Ich hab keine Ahnung wie der Strom kriege Aber okay Bei dem Ding kann es eigentlich gar nicht sein Weil Das wäre ganz knapp Das berührt sich nur ein bisschen Naja gut Mies aus Recht dran Okay Dann Kann Kann ich jetzt mal anfangen Anfangen mit ihr Und so Bauen Nicht bauen Dinger und so Nicht wahr Ich würde auch sagen Was Ja 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 Ich will auf jeden Fall diesen Barro irgendwas reinholzen Ich weiß absolut nicht genau jetzt wo So Jetzt hier will ich eigentlich Nicht rein holzen Also visa wo ist denn hier das ding will ich hier reinholzen nochmal weil es hier ab am anfang gestanden ist und das passt eigentlich auch perfekt hier hin und da ich kein gehege sehen machen aber ich könnte das gehege hier machen so irgendwo hier maybe jetzt ein bisschen knapp oder ich baue hier drüben ein kraftwerk hin und leist das weg das wäre klüger ich glaube das wäre klüger weil dann habe ich hier da baue ich das kraftwerk hin fack mal live fack mal live oh wir haben nicht mehr strombedarf jetzt irgendwas dann ist gut aber ja so zum notfall haben wir doch sind das so zack hier schöne ecke dat er hat jetzt ihre traum ich hier noch übungen zack wohl ja ja dann sagt geht sich das 8 kommen ernsthaft fack so passt weg was ist das für ein weg normaler weg ach so ja dann haben wir hier den normalen weg weil das sieht echt kacke aus sonst gut so leute gebt mir mal kohle jetzt endlich mal ich brauche fucking kohle wie viel plus haben wir 80.000 ja ist klar weil ich die scheiß gerade gekauft habe gut aber theoretisch wenn ich jetzt da einen losschicken würde dann habe ich ja ich mache jetzt einfach ein bisschen und ich versuche es nicht ich bitte was ach du scheiße auch das ist nicht ernst ist jetzt nicht ein ernst kollege hallo wenn das tut warum brichst du aus das ist die andere frage was mir gerade stelle du spack du mal die scheiße warum zum kack brichst du aus wir brauchen halt nicht so viel weil große gruppe ja hast du eh er benötigt was er benötigt große rassler und kriegen für das ländische waldgebiet als lebensraum aha komm bald den jetzt aus leben komm bald den jetzt aus leben komm bald den jetzt aus leben könnt ihr mal please ok größere graslandschaft und gringes kleines waldgebiet aha also auf deutsch gesagt er hat zu viel zu viel wald ist wenn das zu viel wald ist dann glaube ich es auch alter er sagt kleinräumige gaslandschaft mit geringer bewaltung also auf jeden fall haben wir hier zu viel wald das habe ich dort auch schon gepeilt oh mein gott so das ist jetzt ein bisschen zu wenig so oder das 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 passt so zu sagen ok ich glaube der wach zum kuckuck das doch verdreht andere spitze kommt jungen 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 du machst mich arm so so ja ich habe ich habe nicht mal ein expeditionsding noch das hätte ich jetzt noch kaufen sollen der mutt kann ich das theoretisch hier ein holzen ich kann es nicht mal schauen wo ich nicht nur kohle habe habe ich noch irgendwas zufällig naja nicht mehr super gut ich muss dann doch doch zurück nochmal okay ich dachte ich krieg's jetzt schon auf die reihe aber nebenbei der wix ist ausgewogen ist not really naja gut so warte mal das theoretisch weiß jetzt gar nicht wo ich hinkaufen soll weil ich irgendwie ja hier haben zwei aufzeuge im gang ist schon klar das ist mir schon klar aber aufzeuge im gange drei ich habe drei aufzeuge im gange warte ich will ja auch selber die die scheißinsel auf zwei sterne bringen das hose nicht keule aber es ist ja nicht so einfach warte ich muss mal gucken wie diese wie die kori kollegen hier leben weil vielleicht sind diese diese studie typen einfach zu wenig für den was weiß ich oder halte ich bauern im größeren zaun hm ja okay das erste was ich dann baue wenn ich zurück bin äh das expeditionsding dass ich die mission immer machen kann dann kriege ich auch klar mit der kore und das passt so ja ich bin zurück in der funktion warum nicht warum nicht zur basis auf kannst du da auch auffüllen dann fühlt es auch mal wo bist du scheiße das ist dein scheißernst cineratops genomen habe ich eigentlich so schon alles gemacht oder ja 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 ja